Ausgestattet vom Party-Schnaps. Danke! Schöne Grüße aus dem Freibad. Ich bin hier mit... Oh, dann tastbar war das, ne? Ja. Wenn ihr Bock auf Petting, übermäßigen Alkoholkonsum, laute Musik und diese Visage habt, solltet ihr jetzt dranbleiben. Denn das ist Masterjab. Ihr schaut seinen Vlog. Danke euch, Jungs. Hallo, heute ist der 15.06.2022. Willkommen zu meinem Mini-Vlog vom Kerpolsheim-Spiel. Wie ihr wisst, habe ich noch einen richtigen Job. Ich nehme euch mal schnell in meinen Arbeitsalltag mit. Dein Schnittprogramm ist schon wieder abgeschissen, du Scheiß-Nub. Und da sind wir auch schon, das Kerpolsheim-Spiel. Der Festival Soppa 2022 ist damit eröffnet. Andi, guck mal, wie viele Blöpfe wir hier haben. Zeig deinen Damm. Ich schwitze wie eine blinde Lesbe auf dem Fischmarkt. So, ich habe hier gerade Dodo gefunden. Das ist Dodo. Ja, alles gut. Da ist auch Dodo. Da ist auch Dodo. Und ich bin fertig jetzt. Hey. Die Hunde wollte die Hände knähen. Oder wollte alles gehen, heute Nacht. Die Hunde wollte die Hände knähen. Das ist schön hier. Oder wollte alles gehen. Later. Andreas, du hast gerade ganz schön die Nachbarn verschickt. Hast du das gesehen? Habe ich gesehen, war ein bisschen dumm von mir. Willst du dich entschuldigen? Ich werde mich entschuldigen. Ficken, ficken, ficken fürs Volk. Verzeihung. Ficken! Dürfen wir ihnen was anbieten? Hallo ihr Süßen. Wir wollen uns für die Sauerei entschuldigen. Sie sind für den Bus. Freut mich sein. Da wo das herkommt, da kommt noch viel mehr her. Kriegen wir einen Danke-Dietma von euch? Danke-Dietma! Zum Mittel, zum Tüte, zum Sack, Sack, Sack! Was ein Genuss. Twelve o'clock, midnight. Boah. Ich kann die Sterne hier nicht sehen. Was den Himmel hier nicht sieht. Wenn ich ehrlich bin, soll es anders werden. Wer ist liebenscheißweg interessiert. So, der Donnerstag ist angebrochen. Wir machen uns jetzt geschwind auf den Weg zum Freibad. Auf geht's. Slash-Ans-Gangster warten schon. Verzeihung, unsere Pläne mit dem Freibad, die haben sich gerade ein bisschen geändert. Wir sind plötzlich in ein Haus reingezogen worden. Was genau? Du wurdest wieder entführen. Ja genau, ich wurdest wieder entführen. Prost! Jetzt haben wir gerade folgendes Problem. Erläuter mal das Problem. Das Problem ist, dass die... Halt dich kurz. Aber, wir kriegen hier kein Slush-Eis. Das heißt, wir können das nicht mischen. Und ich hab Angst, dass ich heute nicht mehr richtig voll werde. Ich war ein bisschen enttäuscht. Deswegen hab ich die letzten zwei Stunden noch nichts aufgenommen. Weil was soll man hier machen ohne Slush-Eis? Aber damit es wenigstens etwas Schwimmbad-Content gibt, muss ich diesem Arschloch hier noch einmal in die Schnauze... Ich hab ein Arschloch. Arschloch. Wo ist mein Held? Der Dicke steht sogar auf. Nein. Der Dicke steht auf. Ich nehm keinen Schlag von dir in den Mund. Du bist hier doch nicht beleidigt. Nein. Pass auf, ey. Ich brauch einen Becher. Ich würde eher deinen Pümmel in den Mund nehmen als das, Alter. Der Puffmutter ist leidig. Der Papa hebt an. Ja, danke. Ist das doch wahr, dass der Diesel riecht? Probier mal, probier mal. Und? Fuck! Corona geheilt. Krass! Bomm! Direkt! Krassfass! Krassfass! Geheilt oder bekommen? Hammer Typ, oder? Ja, richtige Legende. Guckt mal, wir haben einen WhatsApp-Stick aus ihm gemacht. Jetzt fahre ich. Prost! Du hast leer, ich geb dir was. Ja, gib mir was. Nicht mehr viel drin, aber... Prost! Prost, Jungs! Ja, es geht doch. Gut, das geht doch. Das hier ist Feldplatz 1! Das ist Feldstand! Wenn du Humor erkennst, dann sagst du aim auf dich mal los. Lass das Stadion webeln, das Stadion brennt, wir stehen in Flammen. Könnt ihr uns sehen, der engalische Feuer. Zeug im Ohr, wir stehen, wir stehen hier. Oh, nicht schon wieder. So, mittlerweile haben wir es zurück zum Zeltplatz geschafft. Und jetzt gibt es richtiges Frühstück für richtige Indianer. Ah, weg noch. Hallo Leute, der Party-Schnaps-Ficken hat mich diesen Sommer auf ein Festival geschickt, um Leute glücklich zu machen. Wir schauen jetzt einfach mal, wie glücklich wir die Leute damit kriegen. Hallo Freunde! Jawoll! Sucht euch einen Schatz, an einem schönen Blatt. Und singt das Lied auf Party-Schnaps. Fickel, Fickel! Wir kommen zu ihren Säcken! »Grust losack!« »Zu Mitte, zum Zitte!« »Zack, zack, zack!« »Und weg!« So, Freitag 18 Uhr. Der Tag ging noch gut rum. Ich habe jetzt eine kleine Mannschaft um mich versammelt. Wir wollen jetzt endlich mal Livemusik hören. Hat hier eigentlich irgendjemand von euch noch Lust auf Pettigrew heute Abend? So lupe ich mir das. Nice to meet you. Das ist schön hier, ey. Ich will den Tag noch einmal leben. Ich soll es auch passieren. Ich will den Regen und den Halt noch einmal spüren. Bei mir hat er nur nachschrieben. Das ist jetzt Masterjams-Zone. Ja, Mann. So, wir haben noch Termine. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Doch wir sind uns neu. Everybody know my one. Alle, was uns alle. Die Probeamme hat sich. Eisgekühlter Wommelunder. Wommelunder. Eisgekühlbunder. Zwei überlegte Brot mit Schinken. Schinken. Es ist 22 Uhr. Innen. Und gleich spielt da vorne Kerbholz. Das ist eine ziemlich gute Band, hab ich gehört. Ja. Und ich wüsste nicht, was mich gerade mehr erregt würde. Und ich habe gehört, der Zug hat keine Bremse. Der Zug. Der Zug hat keine Bremse. Der Zug. Der Zug. Der Zug hat keine Bremse. Es ist so schön hier. Es ist so schön hier. Es lässt mich nicht los. Und wir sind stolz drauf. Denn wir sind ein Kind aus. Hilderweil. Absoluter Wahnsinn. Super Schuss. Auf dich. Wir waren Teamflieger. Auf dich. 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 Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schreibt uns noch einen Kommentar, wie euch dieses Video gefallen hat. Gebt uns einen Daumen hoch und verteilt es an eure Freunde, damit noch mehr coole Menschen es sehen. Hier ist noch mein Cover zum Mutmacher verlinkt und einen schönen Tag euch noch. Haut rein. Du bist stärker als uns, das wir von niemandem sagen, dass irgendwas passiert.